und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play world of tanks in season 2 quasi oh ja mit facecam erst mal auf der anderen seite das ist jetzt perspektive nummer drei die mir persönlich am besten gefällt und mit ram ja ja auch wieder mal wieder ja wo fahren wir lang weil ich in die mitte ich habe besser gesagt ganz normal ich kann dann kommt dazu ich fahre auch besser aber sonst macht keiner lang fährt dass die mitte dicht ist ja was wir alles hier kam was wir für das wieder haben also kommst du hier die mitte der kloster scheiß direkt auch netter in dem mitte wo die dadurch von die ganzen auch ich war heute kriegen etwas kreativ das gehört habe meine kopfhörer sind geräusche abschallend abschallend na egal was ich meine ja lasse ich mal vorfahren hier schätze leihen wir wollen uns ein paar wachsie kann man mal super als deckung nehmen die sound haben sie gut gemacht im eot mittlerweil noch teilweise schon ist 9.3 im bringen ich bin gerade einen tag nach patch release ok da steht nur ein heavy hinten an der pressrunde das heißt ich werde jetzt noch ein bisschen weiter auswirken doch so nach stadt da ich gesellschaften da muss müssen kommen ja er folgt mir ja sehr gut okay ich bin und kommen weil volle lotte gerammt hat der idiot das ist ja ganz okay aber ganz okay 1 5 damage auf die uhr fast oh ja ich hab dann doch nicht mehr müssen eigentlich nice gut gemacht gut gemacht nicht umdrehen aber genau lecker 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 mein freund er könnte noch ein churchill vorbeikommen eventuell und arty ist auf dich eingeholt habe ich auch gesehen oder gehört dass er gesagt das sind drei hat die sollte ich eingehen 34 er von oben oder schießt und mich jetzt krieg doch bis der alpha der aal der ist auch geil da steht nur da und macht gar nichts mehr da hat mich von den arsch gerettet war super aber trotzdem macht der kraft nix aber wie bin ich eigentlich nur offen oder sind das luckshops luckshops und schreit hast du gesehen wo der t34 stand und dann wirst du dich jetzt weil ich hatte nichts mehr damit ich habe den auf 20 prozent gekloppt oder so wo das war der andere der type team das war der t34 85 hat mein turm zerstört deswegen ist gesehen ich kann eben noch mal die wachs geredet bei der schweiz ging die hand her wieder so schluss stärker lol nicht one shot was ein luck das war klar dass man da oben stehst was soll ich machen das ist egal egal wird einfach zurückziehen herr der stelle und der ist wichtig fest im ernst der t1 hat den schärzchen kaputt gemacht scheinbar ja ja noch 155 live und kaputt im turm da 100 live hat der t34 dann noch in der müde ja kann man nichts machen ja total die war für art jeder waschentur kann man noch gewinnen ja gleich kommen von der seite der kv2 die müsste auf jeden fall rausnehmen theoretisch magne man wenn man von oben an gewassen warum er so heißt aber kommt der herr was magne mangel was guckt ja den aelma von oben an der meisterin warum man den magne man nennen warum wir den magne mangel nennen von müde in 40 coca-cola katsching nein spaß ja ich würde auch schießen ja ramin los ramin ja tu es lol lol what the fuck hat er ein damage oder so gekriegt oder so was ja genau einen punkt ach man ey super zu mitten obwohl wenn er sich der zeit dumm anstellt gewinnt er das noch schade müsste nur irgendetwas wo halt spottet das ding ist ja wenn er spottet kann auch gespottet werden hey wo ist denn da ein ausbruch oder unter ich dachte er hat zu lenzen ist einfach mal still stehen bleiben einfach mal gucken nö er fällt ihm ein bisschen panisch auf die klingt ne hat er ihn gesehen ne scheinbar nicht ne ne ich sag ja er steht dahinter im ding ne ja die weiß wo er steht in etwa oh jetzt war er glaube ich offen aber weißer kv2 total dumm ne eben trufen schießt sofort ne also ja kv2 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 russischer russischer panzer hatte gute kanonen trifft er alles wann bin ich gestorben egal ziemlich früh ja mal gespannt wo ich stehe irgend so eine neue auszeichnung wieder fire for effect ich bin dritter ja die runde war schon mal ganz okay wir haben beide 1,5 damage ca oder 1,3 ja und weil ich kein bock hat die facecam zu beenden dann packen wir nächste runde gleich hinten dran was darf sein jägerschnitzen mit pommes alles klar sag ich mal kurz bescheiden ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß gerade echt nicht hier nochmal einfach rum oder so noch einen 6er kv2 natürlich vor allem mit dem hast du keine scheißrunde nur unten wo man sich aufregt oder sowas völlig kriegen wir jetzt high dings hundertprozentig keine passieren ich hab nix gesagt dann hast du auch noch so schön leckere targets wie zu 100 y ne schön groß keine armor groß viele hit points keine panzerung top 2 lieblings ziel ich hab meine e mail die kann ich jetzt mal live lesen das ist das weh 2 sogar ist das ne neue map werbung und werbung geil ne was das ja kack auf wenn ich nicht übers laden wundern mit das ist alles vier jahre oha lan t4 aha tschüss was ja hast du das nicht gelesen was da tut oha lan viert hier aha tschüss kein plan wo ich grad bin ich hab nicht so mein vorfahren alter doch oha tschüss tier 4 und so das ist so wunderschön alter wie soll gesagt mach ich mal alter heute wird doch nur selten als ich darf ich das oh ich glaube wir haben die hippies gefunden ne t79 t7 tblatt ne 28 ja natürlich 64326 ne da ist ein m24 chevy schön gemacht raum schön gemacht aus der t8 alles erforderlich wenn ihr um t80 schießen würde eigentlich aber gut ach komm fuck you totally worth it ne wir haben die einzigen kills haben ne so und nicht anders ja kills jucken bestimmt mich die juckt damage damage ich hab dich echt vermisst viertel da sind vom lacht so vertritt wo 23 alle macht die kette wieder ganz dauer schule fahren geht doch so ein lieber vorfahren ich habe erleben was ich habe dich getroffen weil das heißt also ich habe dich angesplasht auf jeden fall ich habe auch zwei exterminate sehen jetzt nein ich habe immer weiter ich habe wieder zehn sekunden töte ihn ram töte ihn tu es schön richtig schön die taggeflank drauf gehabt er lief mit nun werden wir nachschauen 9 100 Y und so nur noch gar nicht nachschauen Kettin Lübe was eigentlich mit uns los wollte sprach der Föller 8 Prozent weil die Sprachfindung Schwierigkeiten Aber du bist... Scheiße. Wo fährt ihr hin? Wo ist der KV1 hin? Das weiß ich nicht. Schön. So 100Y kommt zu dir. Abgeprallt! Nein! Wie kann ich an dir abprallen? Nein! Weg nicht! Putz auf Kante Geräte holen. Hey, KV1. Ja, Streifschuss 374 Schaden. So war nicht anders. Ey! Wie heißt der Dado? D-d-d-d. Läuft. Wir verlieren das noch, ne? Wie sieht der mich denn? Ach lol. Hm. Sind wir in unserer Basis und die in deren Basis? Ist das auf jeden Fall sinnvoll? Merkwürdig. 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 Einiges ist nicht so gut, dass wir beide auf dem Panzer drauf fahren. Aber gut. Schön. 2 KV2 sind noch zurück. Gegen einen E2 und ein Chaffi. Okay. Das ist schaffbar, würde ich mal ganz klar behaupten. Und das mache ich aber auch. Ich war bei der E1 schon zum Kills hat. Bin ich an das 200 Y abgeprallt. Ich hätte sie gekillt. Ja, ärgerlich. Ist der Name von seinem KV2 aufgefallen? KV2. Der ist aber... O-D-D-D-A. Gut, aber wieder T67, scheiß Nubi, Van Kenobi. Hahaha. Nice name, Junge. Oh. Guten Abend. Versembelt den nicht, ne? Was?! Anstatt du einfach, wawatz, ey! Der war fünf Zentimeter vor seinem Turm. Aaaaah! Alfen, Alfen, erwarten. AdSent. Nach los. Haben die den Chaffi eigentlich verändert, oder ist der immer noch so stark? Ja, ne ne, der ist schwächer geworden. Das ist ein ganz anderer Panzer. Ja, ich kann nicht schießen, wenn der KV2 davor steht, ne? Sonst treffe ich den KV2. Geh, fahr einfach zu dem in den Cap, der soll einfach kommen, keine Ahnung, das ist... Ist doch genug Zeit, bevor der euch da die ganze Zeit rumnatzt hier und da die ganze rumfährt, wie so ein Stück Scheiße. Ja, acht Minuten Zeit, irgendwann wird er sterben. Ja, fahr einfach zu dem in den Cap. Willst du oder einer von euch halt? Ja. 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 Das ist aber recht. Einfach einen Cap stellen und dann muss er ja im Endeffekt sich melden. Weil im Übrigen mal ohne Cap, ganz ungewohnt. Ich komme mal dahin, weil da die Kamera vorher war. Ja. Ich bin gespottet. die da ein drehkranz kaputt geschlossen habe ich ja wieder weil das so schon so langsam komm schon was willst du willst du da hin wir fahr einfach zum cap der will gefährlich gerade in die richtung von daher ist ganz gut ach halt doch auf mit so was alle schwach kannst du besser das weiß ich selber aber ich habe noch zehn sekunden wieder durch im cap stehe in der sekunde wo ich im cap stehe ja was heißt loll ich ja die ganze nur verarschen das ist einfach nur show was der depp gerade macht aber es kostet ich einfach da hinter den hügel da ist also schutz daneben weiter voll die keine runde dass ich dem stück aufgenommen hat voll gut ein gutes spiel kann man nicht anders sagen mein gut die kv2 am 8 kills aber sonst läuft es ist ja nicht so dass ich viel habe ja das land alles klar ich bin eigentlich etwas zu gucken wünsche euch einen wunderschönen resttag und ram noch irgendwelche worte alles klar bis zum nächsten mal ciao